Okay, äh ja, die Kartoffel ist back, ne, um das nochmal zu sagen. Back am Stesselsaal. Yo, Leute, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Battle mit Lovely Potato und Irin Topra. Können wir wieder nach links springen, zu dem grünen Auto? Diesmal kommen wir aufs Dach, komm. Wuh, oh, wir sind sogar nebeneinander. Hallo. So, wir spielen in einer Stadt mit dem... Oh, oh, Entschuldigung. Dicker, mit dem Modern Weapons Pack. Wir sind fünf Teams, zwei Leute, also zehn Leute insgesamt. Jedes Team hat drei Leben. Nach diesen drei Leben isst man raus. Oh Gott, da sind Viecher auf dem Dach, siehst du das? Ja, aber das kriegen wir jetzt tot mit dir. Schwert, da unten sind schon zwei. Also die waren schlau und haben den Pirate Chute diesmal unten benutzt erst. Ich zick schon mal. Das sind zwei, drei. Oh Gott. Ich glaube, ich schaff's nicht aufs Dach. Nee, ich auch nicht. Okay, dann lass wieder ganz normal nach unten gehen. Ja, wo waren wir gerade? Ja, drei Teamleben, das wird ne relativ flotte Sache. Boah, die kommt zu uns. Ach nee, die springen bestimmt nicht runter. Ja, wir haben jetzt erstmal noch drei Minuten Chillzeit, ne? Ja, bis wir unten sind, sind drei Minuten um, Alter. Da zick schon mal die Waffe, ne? Die ACR. Ja, Mann. Lieblingswaffe bei MW2 gewesen damals. Da unten sind... Oh, ja, warte. Ich nehm das linke, ich nehm das linke. Ja, alles klar, machen wir. Also, wir haben alles erklärt, ja, und dann geht's jetzt los, würde ich sagen. Ja, drei Respawn-Tickets hier ins Team. Es gibt Zombies, wir spielen hier The Walking Battle. Ich bin unten. Ich auch. Okay, ich kill das Schwein. Hab's. Warte, ich muss was essen. Lass mal wieder in das Haus von eben, da hinten. Da, wo die ganzen Tränke drin waren. Komm, komm, komm. Oh, da rennt gerade einer rein. Nein, das ist... Nein! Geht da raus! Aber wir haben noch Schutzzeit. Warte, 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 warte. Wir killen das Schwein. Warte, warte, warte. Ja, und dann haben wir Schutzzeit weg, wenn wir drin sind, ne? Alter. Die snacken sich die ganzen Tränke. Du weißt, ich bin gleich tot, ne? Was? Geh mal das Schwein. Warte, ich muss was essen. Ich hab nur noch drei Herzen. Hier ist nichts mehr drin, die haben alles mitgenommen. Ja, das war... Scheißen, Drecks, dies. Warte, hier war noch eine Truhe, da war auch noch... Ah, fuck. Die haben alles gelootet, 100 Euro. Oder, nein, die können doch nicht alles so schnell gelootet haben. Die wussten gar nicht, dass hier was drin ist. Lass mal irgendwo hingehen, weil hier sind gerade voll viele Spieler. Und ich muss ranken, übrigens. Ja, komm mit, komm mit, wir gehen hier ans Ende. Bei der World Border ist ja jetzt ein bisschen... Achso, ja, komm her. Hier, 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 am Ende. Ah, fuck. Okay, warte, kriegen wir den Fans so... Alter, das dauert ja Jahre, bis wir den Fans abhaben, warte. So. Das ist schon mal gut, hier haben wir... Aber ich glaube, hier sind keine Ton oder ähnliches, ne? Egal, einfach draufballern. Ja. Also, ammo für die ACR habe ich jetzt mehr als genug. Was bringt es eigentlich jetzt noch, was abzubauen? Das bringt doch gar nichts, da haben wir alles. Ja, das war ja eigentlich nur wegen den Schwertern, was ich abbauen wollte, ne? Genau, richtig. Aber, naja, gut, kann man nichts machen. Okay. Komm da nicht hoch. Ne, will ich nicht. Da drüben, hier, das Haus neben uns sieht gut aus. Ja, lass mal da reingehen. Okay, wie kommen wir... Hier, kommen wir drüber. Okay, ja, die Kartoffel ist back, ne? Um das nochmal zu sagen. Back am Steselsinn. Boah, hier geht's nicht weiter, kann's vielleicht wieder zurücklaufen. Die Potato is back am Base. Geht da schon eine Spinne? I don't care. Hier drin sind auch zwei Sp... Oh, fuck, du Fatze. Pass auf, dass wir uns nicht mit dem Dia-Schwert antreffen, Bruder. Oh, Verzauberungstisch. Ach, wir haben keinen Lapis, ne? Ja, was will ich verzaubern? Die Waffen kannst du eh nicht verzaubern. Nein, aber das Dia-Schwert, falls es doch mal zu nahe Kampf kommt. Ich gehe mal auf den Dachboden und gucke, was hier so ist. Oh, hier ist eine Tür. Oh, hier ist noch eine Spinne. Hier sind ganz viele Räume, aber ich glaube, da ist nichts drin. Jetzt wurde noch nicht Action geschrieben. Ja. Weil wir dürfen uns erst bekämpfen, sobald Action geschrieben wird, ne? Ja, man muss sich ja auch erst mal ein bisschen orientieren, ne? Das Alex und ich sind wir immer so ein bisschen langsam, ne? So, ja. Warum habe ich eine 51 FPS? Das ist schon eine Kacke, Mann. Wieso habe ich 281? Ich spiele jetzt nur noch so. Nein, komm mit. Action. Okay, komm, los geht's. Ah, alles wird zerfickt und jetzt muss ich so ultra pissen gerade, ne? So urplötzlich. Das ist schon mal geil, ne? Oh, wir gehen in die andere Richtung. Oh, was? Ich renne. Ja, alles. Jo, läuft bei ihm. Guter Start. Ja, wir haben nur noch ein Leben, ne? Nice. Was? Du bist auch gestorben? Ein Respawn-Ticket? Warte mal, Spawn-Camping. Ich glaube, das ist verboten, oder? Keine Ahnung, hat niemand gesagt. Sollen wir warten? Sollen wir echt so assi sein? Dann mach aber mit der Sniper, Digga. Alter. Was? Ziel auf den Kopf, weil das gibt One-Shot auf Kopf. Alter, die beiden waren so dreist, ne? Noch nie so Hurensünde gesehen. Übrigens kriege ich keine Dragunov-Emmo. Ganz ehrlich, wir hätten es genauso gemacht. Was schreibst du denn? Dass ich keine Dragunov-Emmo bekomme. Ich habe jetzt seit die ganze Zeit schon... Alle fünf Minuten. Ja, aber ich habe doch schon eine Panzerfaust-Emmo wiederbekommen. Hm, komisch. Schon nicht, schon nicht, schon nicht. Also ich sehe auf jeden Fall keine Spieler da unten. Sollen wir runter, oder sollen wir echt hier warten wie so F***en? Sind wir F***en? Ja, das sind wir. Nein, oder wollen wir auf das Dach da? Komm mal mit, komm mal mit. Auf das Dach rechts von uns. Tschüss. Jetzt stirbt doch. Ne, ich glaube, ich schaff's. Komm. Ne, ah, ne, ah, ne, 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 ich komme höchstens ins Treppenhaus hier. Ah, F***, Alter. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, soll ich jetzt runterkommen, oder was mache ich? Ja, ja, ich bin auf dem Boden gleich. Alter, wie fängt's an... Tom, sind so eine Hurensünde. No, not is cracked by Zombie. Wir gehen hier gleich... Nein, oder wollen wir ins Haus? Rechts sind Türen, lass da reingehen. Ach, den Zombie. Ja, ich weiß. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht irgendeine Gegner rum... Alles klar. Lol, er hat halt einfach die Tür aufgemacht, das ist so eine Autotür. Okay. Äh, ja, ich bin raus. Wie? Einmal lasst du noch respawnen. Wenn du jetzt respawnst, dann haben wir keine Respawn-Tickets mehr. Das ist scheiße, hier kann man eh niemanden killen. Das ist doch kacke, Mann. Bist du jetzt echt gestorpt? Ja, ich wurde gesnipert. Epic Play, würde ich mal sagen, ne? Mhm. Das ist doch kacke, Alter. Ja, guck mal, wie der wegsnipet. Ich dachte, das war verboten, wegzucampen. Wer mich versuchte jetzt auch zu treffen. Noch doch weggepanzter Faust. Die sind jetzt... Ja, ich bin auch gleich nochmal tot. Oh, nicht einfach. Du musst gar... Du musst kurz vorm Ende unten... Musst du, äh... Alter, ich glaube, ich bin in dem großen Haus, oder? Ja, ich bin raus. Ja. Ich hol den Sieg für uns. Alter, hinter mir sind zwei Schweine. Ja, toll, Alter. Jetzt seid ihr alle gestorben, weil ihr aus dem Fallschirm getötet wurdet, ey. Läuft bei uns. Da sind auf jeden Fall zwei Gegners. Tötet sie, komm, fickt sie alle auseinander. Wer auch immer das war, schäm dich. Also, hier unter mir sind zwei Stück. Wir töten uns jetzt hier halt am Spawn. Jo, Fix und Mexle haben mich hier in der Enge. Läuft bei denen. Ich bin uns jetzt halt hier am Spawn. Oh, Mann, ist das bescheid. Das kann ich da so nicht hochladen. Ganz ehrlich. Jo. 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 Ja, Fix ist gleich tot. Nein. Ja, ich hab Fix mit einem halben Herzen bekommen. Na, Fix dürfen wir jetzt nicht töten, das wär unfair. Doch, tötet Fix. Ne, ne, ne. Der tut uns auch so pervers weggesnipet. Ja, aber das wär jetzt unfair, wenn wir ihn jetzt am Spawn töten würden, denn wir sind ja eigentlich gar nicht mehr dabei. Okay, Quantum Place hat Vendetta. Gut, wir sollen leften. Also, ich habe Fix getötet. Jo, Fix ist wieder her. Ja, gut gemacht, Arschloch. Sag mir mal, was die noch schreiben. Geh ich jetzt auch raus, ne? Nö, ich lebe doch noch. Achso, du lebst noch? Okay. Ja. Ja, dann. Aber Tom und Mexle, äh, Tom und Fix. Alter. Die nehme ich hier beide so in die Zange, ne? Dicke, wenn die jetzt auch am Spawn töten, dann gehe ich auch raus. Alter. Du musst mal ein bisschen für mich kommentieren, ey. Ja, was soll ich denn kommentieren? Ich sehe ja nichts. Was so? Ich weiß nicht, ich reg das gerade alles ein bisschen auf. Also, ich bin jetzt vor den beiden weggerannt. Ich habe überlebt. Ich habe Fix noch mitgenommen und bin dann abgehauen, ey. Ich renne wieder dahin, wo wir am Anfang waren. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe wieder überlebt. Der Spawn ist komplett zerstört, irgendwann. Ja, Alter, ich habe so viel Ammo gerade hier, ne? Ja, dann töte die jetzt, komm. Gewinn das Ding. Ich habe aber keinen C4 mehr und nur noch sechs Molotows. Ich habe halt alles verballert, um halt fix zu kriegen, ne? Ach, ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt mal kommentieren soll. Das hat doch... Okay, den C4 Remote brauche ich auch nicht mehr. Die leeren Ammos kann ich auch mal wegschmeißen. Ja, ich breche die Ordnung jetzt ab, Alter. Ich lade das so safe nicht hoch. Ja, kann ich verstehen, Digi. Digga, wie behindert ist denn das bitte? Ja, wenn Leute nicht zuhören können. Ich bin der Spectator. Okay. Kannst mir ja hinterher fliegen, ein bisschen hier den R-Mode machen. Ich würde ja, ich habe aber keinen Kompass. Ich bin am... Da, wo wir am Anfang waren. Wo wir über den Zaun geklettert sind. Okay, kommen wir mal hin. Keine Ahnung, wer überhaupt noch lebt und ob überhaupt noch, wie relativ viele hier sind, ne? Alter, ich renne hier einfach so durch die Gegend und versuche hier mein Bestes. Ich bin jetzt an dem Haus, da, wo wir gestorben sind. Äh, ja, warte, ich bin gleich auch da. Ich sehe dich noch nicht. Ja, du siehst mich auch nicht. Ich bin im Spectator. Ach so, ich bin hier unten jetzt. Genau hier vor dem Wasser. Ja, ich höre dich. Ja, ich sehe dich. Versuch noch ein bisschen was zu reißen. Babyzombie hinter dir, ne? Hm, das habe ich schon gesehen. Nicht gut. Maul halten. So, okay, gut, also. Ja, du bist aber wirklich der Einzige, der alle drei Fallschirme gebraucht hat. Ne, Ding, Nodop und Semidev auch. Wer lebt denn überhaupt noch? Ja, ich glaube, Vendetta, Vakem, Quantum, Fix. Ja, das Ding ist, ich kriege ja keine Muni. Ich habe jetzt, es sind locker, es sind schon 13 Minuten oben oder 14 Minuten. Und ich habe, ich kriege nur die ganze Zeit ACR Muni. Ja, man muss halt mit der klarkommen, ne? Ähm, ich will ja jetzt nicht, nichts sagen, aber. Wollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Hinter mir? Vor mir? Ja, komm, die schießen dich aus der Luft ab. Dann kann ich dich auch, ey, kann ich auch ein bisschen. Hab Vakem. Bist du sicher? Ich habe ihn getötet. Richtig? Achso, ja. Okay. Also Vakem habe ich mal instant weggeballert, ey. Ich bin aus dem Tunnel raus und gegagert die Wand hier hoch. Ich habe Vakem, ich habe mich nur umgedreht, ihm den Headshot verpasst. Er ist gestorben. Der Headshot ist übel. Ja, Aiming ist halt... Du warst zwar ein bisschen ghosten, aber... Hä? Ich hätte mich eh umgedreht und so geguckt. Also, geraten hätte ich es eh. Aber wieso ist Vakem allein? Sind die auch raus? Keine Ahnung. Weil theoretisch, wenn er alleine war, wieso sollte er sich mit Quantum trennen? Das ergibt gar keinen Sinn. Geht schneller. Domse und Vendetta sind da unten, da wo wir am Anfang waren. Ich lauf den mal hinterher. Was habe ich zu verlieren? Da schwebt jemand in der Luft. Okay, Vakem und Quantum sind wieder zusammen. Okay. Alter, alter. Ich habe jetzt vier Leute geholt. Oder drei, glaube ich. Ja, Nodak hat gerade nochmal in die Skype-Probe geschrieben. Und muss das gerne nochmal machen abkommen? Oh. Behinder die Viecher, ganz ehrlich. Okay, jetzt ballern die sich da unten ab. Ja, ich komme mal von der Seite dazu. Uh. Domse, staunt. Lol, Quantum rasiert. Und ich habe hier vier Zombies sind neben mir, alter. Alter. Ja, ich bin ultra low wegen den Scheiß. Nein, ich bin auf den Chat gekommen. Das wird knapp. Alter, Mann! Okay. Weil 200 Zombies gekommen sind, alter. So, falls ich mich doch dazu entscheiden sollte, hochzuladen. Guckt nicht bei den anderen vorbei. Und deabonniert mich bitte. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.